Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Vage, heute könntest du ein Gefühl der Einsamkeit in deinem Zuhause verspüren, besonders wenn ein Familienmitglied oder dein Liebespartner vorübergehend abwesend ist. Durch ihre Abwesenheit könnte sich dein Raum kälter und leerer anfühlen als sonst. In solchen Momenten ist es wichtig, dass du die Einsamkeit nicht an dich heranlässt. Anstatt zu Hause zu bleiben, solltest du einen Freund besuchen oder einen Film ansehen. Mit Aktivitäten, die dich beschäftigen, kannst du dir die Zeit bis zur Rückkehr deines Partners vertreiben. Die Ausrichtung der Planeten ermutigt dich, den Entdeckergist zu nutzen und neue Wege zu gehen. Es werden sich Gelegenheiten bieten, und es ist wichtig, dass du auf deine emotionalen Reaktionen auf diese Aussichten achtest. In dieser Zeit könnte sich die Tendenz verstärken, Emotionen aus einem intellektuellen Blickwinkel heraus zu analysieren. Es ist jedoch wichtig, diesen analytischen Ansatz mit einem Verständnis dafür zu verbinden, wie sich diese Entscheidungen auf deine Gefühle auswirken könnten. Trotz der Aufregung solltest du dein Engagement für eine gesunde Ernährung und Sport beibehalten. Untergrabe nicht die Bedeutung deiner Arbeit, indem du ihren Wert oder ihre Bedeutung anzweifelst. Dein Engagement und deine harte Arbeit haben einen großen Einfluss auf das Leben der Menschen um dich herum. Gehe mit Stolz und Zuversicht an deine Aufgaben heran, denn deine Bemühungen bleiben nicht unbemerkt. Anerkennung und Würdigung für deine Leistungen sind in Sicht. Eine wertvolle Lektion könnte heute darin bestehen, dass du den Rat anderer annimmst. Auch wenn du oft großzügig mit Ratschlägen bist, ist es wichtig, dass du offen bist, wenn andere dir ihre Erkenntnisse mitteilen wollen. Die himmlische Energie gibt dir die Gelegenheit zur Bescheidenheit. Zögere nicht, ein Stückchen Demutskuchen zu probieren. Du wirst überrascht sein, wie aufschlussreich diese Erfahrung sein kann. Das Universum hat heute eine wunderbare Überraschung für dich auf Lager. Egal, ob es sich um ein materielles Geschenk oder einen immateriellen Segen handelt, diese Geste ist ein Zeichen der Zuneigung des Universums zu dir. Nimm das Unerwartete mit offenen Armen an und sei dir bewusst, dass die wertvollsten Momente des Lebens oft dann eintreffen, wenn du sie am wenigsten erwartest. So wie sich die Sterne in einer komplizierten Konstellation aufreihen, trägt dieses Geschenk eine einzigartige Botschaft, die nur für dich bestimmt ist. Erlaube der Dankbarkeit, dein Herz zu erfüllen und deinen Tag zu erhellen, während du dich an der Verbundenheit des Kosmos und den freudigen Strömungen erfreust, die er dir schickt. Der zweite Viertelmond in Schütze steht heute im Mittelpunkt des Geschehens. Sonne und Mond stehen im Quadrat zueinander und inspirieren dich zu einem neuen Gefühl der Autonomie. Dieser Moment ermutigt dich, dich von romantischen Situationen zu lösen, die nicht mehr mit deinem Wachstum übereinstimmen. Erkenne, dass du dein Schicksal selbst in der Hand hast und wähle einen Weg, der mit deinen Wünschen übereinstimmt. Die Erkenntnis, dass du deine romantische Reise selbst steuern kannst, erfüllt dich mit einem Gefühl der Befreiung und Ermächtigung. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Die Karte Stärke steht für innere Stärke, Mut und Widerstandsfähigkeit. Diese Karte zeigt an, dass du heute die Kraft in dir hast, Herausforderungen mit Anmut zu begegnen und alle Hindernisse zu überwinden, die sich dir in den Weg stellen. Sie steht für eine Zeit, in der du dir deine innere Stärke zunutze machen und deine persönliche Kraft anzapfen kannst. Die Karte Stärke ermutigt dich, Situationen mit Geduld, Mitgefühl und Selbstbeherrschung anzugehen. Sie erinnert dich daran, dass die wahre Stärke nicht in der Kraft liegt, sondern in deiner Fähigkeit, das Gleichgewicht und die Kontrolle über deine Gefühle zu behalten. Diese Karte lädt dich ein, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen und Herausforderungen mit Zuversicht zu begegnen. Neben der Karte Stärke haben wir die drei der Münzen. Diese Karte steht für Teamwork, Zusammenarbeit und qualifizierte Arbeit. Sie steht für eine Zeit der Kooperation, der Zusammenarbeit mit anderen und das Potenzial für Erfolg durch gemeinsame Anstrengungen. Die drei der Münzen lädt dich dazu ein, die Kraft der Zusammenarbeit und des Teamworks zu nutzen. Sie erinnert dich daran, dass du durch die Zusammenarbeit mit anderen mehr erreichen und deine Ziele effektiv verwirklichen kannst. Diese Karte steht für eine Zeit der Anerkennung deiner Fähigkeiten und deines Engagements für dein Handwerk. Die Karte Stärke und die drei der Münzen bilden zusammen eine kraftvolle Kombination für diesen Tag. Die Karte Stärke unterstreicht deine innere Widerstandskraft und deinen Mut, während die drei der Münzen die Bedeutung von Teamwork und Zusammenarbeit hervorhebt. Mach dir heute die Energie der Karte Stärke zu eigen, indem du deine innere Stärke anzapst und dich Herausforderungen mit Anmut und Zuversicht stellst. Vertraue auf deine Fähigkeiten, Hindernisse zu überwinden und behalte ein Gefühl der Balance und Kontrolle. Gleichzeitig verkörpere die Energie der drei der Münzen, indem du mit anderen im Geiste der Zusammenarbeit und des Teamworks zusammenarbeitest. Erkenne den Wert gemeinsamer Anstrengungen und das Potenzial für Erfolg durch Kooperation. Diese Deutung steht für einen Tag der inneren Stärke, der Teamarbeit und der möglichen Anerkennung deiner Fähigkeiten und deines Engagements. Mache dir die Energie der Karte Stärke zunutze, indem du deine Widerstandsfähigkeit nutzt und dich Herausforderungen mit Zuversicht stellst. Nutze die transformativen Qualitäten der drei der Münzen, wenn du mit anderen zusammenarbeitest und auf gemeinsame Ziele hinarbeitest. Denke daran, Situationen mit Geduld, Mitgefühl und der Bereitschaft, mit anderen zusammenzuarbeiten, zu begegnen. Umarme deine innere Kraft und Vertraue auf die Stärke gemeinsamer Anstrengungen. Wenn du die Qualitäten der Karte Stärke und der drei der Münzen kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Widerstandsfähigkeit, Teamwork und dem Potenzial für Erfolg durch Zusammenarbeit und geschickte Arbeit meistern.